Oh, zurück in Lichaks Festung. Wir schauen, was uns erwartet. Voodoo-Schlüssel zum Gefängnis. Könnte man mir vorstellen im Gefängnis. Oh, Lichaks Voodoo-Thron. Oh, nice. Ein bisschen groß geraten für meinen Geschmack. Aber gut, sei es drum. Ich könnte mir vorstellen, einen Gefängnisschlüssel könnte man gut brauchen, um den Wall-E... Nice. Um den Wall-E zu befreien, vielleicht. Nice. Oh, wow. Okay. Peinlich. Ähm. Oh, okay. Yes, sir, Lichak, sir. Take Guybrush down to the torture chamber and get the machine set up. Yes, sir. Wow. You be in a heap of trouble, Guybrush Threepwood. Now that you are mine, you will pay for what you did to me. Okay. What's a little root beer between friends? Silence! There is only one thing more painful than being resurrected from the dead and crammed into a rotting body. Do you know what that is? Do you know what that is? Do you know what that is? It is what is about to happen to you. Can't we talk this thing out? Well, you see that candle over there. Uh, gee, I, uh... Do you know what happens next? Um, well... I will take your bones, still alive and in great pain, and make them into a chair. I will call it my screaming chair. Every morning I will sit in it and listen to you scream. Okay. Any questions? Um. Isn't it dangerous to leave a pit of acid uncovered? Safety is not my concern in this situation. I have it. I have it. Gee, I had a million questions assigned. How's that going to go? Think fast. Your time is almost up. How's the lid bullet going to get to the balloon? It will ricochet off a bunch of... Have you ever tried conditioner on that beard? I'm growing tired of your stupid questions. Prepare to die. Okay. He didn't say what he was going to do to me. An Ottoman comes to mind. Ein kleiner Hocker. Oh, scheiße. Okay, 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 okay. Ähm, ja. Alles klar, ne? Ähm. Ja, 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 es war schon gut so. Es war schon gut, dass wir den aufkommen haben. Ja, und jetzt? Ups. Entschuldigung. Ich spritze auf Schild. Mhm. Hey, watch it with a spit. Ha, 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 ha. Pui. Mein Mund ist alles verbringelt. Wie war denn das? Irgendwie so musste das doch funktioniert haben. Boy, das Ding macht meine Spitze dick. Ja, ja. So gibt es verschiedene. Uh, das war Volltreffer. Ja, da stehen wir. jetzt im Dunkeln. Krempel? Kisten? Noch mal Krempel? Kisten? Kisten? Krempel? Ja, dann weiß ich nicht. Das ist zu schwer, um zu holen. Das sind Krempel, aber ich weiß nicht, was in ihnen ist. Ich kann nicht wissen, was das ist. Das ist zu schwer, um zu holen. Ich kann nicht sehen, es gibt ein paar Sachen hier drin. Ich denke, dass diese sind Matches. Und das Ding fühlt sich als eine Bombe. Ach, was für ein Glück. Streichhölzer. Voll klug und so. Teil 4, Dinky Island. Gut, wir sind auf Dinky Island angekommen, wie es aussieht. Bisschen ruppig, aber gut. Oh, der heck mit it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. Aha. Oh, der heck mit it. Let's make a map and tear it into 4 pieces. Instruktion. One, light fuse. Two, throw it target. Three, get ready for love. It's empty and there's a cap on it. Okay, eine Liererflasche. Ein Brecher essen. Holly wants a cracker. Holly wants a cracker. Oh, no, no, that's not right. Gee, Captain Marley, where should we bury the treasure? It looks kind of old. It looks kind of old. Hey, there's a cracker in here. Okay, let's go over it again. So no one forgets where we bury the treasure. Oh, they smell of Ganchovies. Oh, no, no, they smell of Ganchovies. Oh, no, no, that's not right. It's a moonshine still. Aha. Mhm, mhm, mhm. Knapp's brennen so. Och, der Herman. Der Herman Toothrod is out here. Oh, the heck with it. Herman Toothrod, what are you doing here? Oh, hi. I've been waiting for you. Bestimmt. What do you mean you've been waiting for me? Our meeting comes at this, the final moment of my existence so far. All else has been in anticipation of this event. Also. Do you mean to tell me that your whole life has been merely a prelude to meeting me here today? Yours too. But see, already the moment passes. Now our meeting is nothing more than another note in the grand overture to the next passage. Super. Super. I'm looking for a treasure. Have you seen any? There are many treasures here, found and unfound. The beauty of the ocean, for example. Or the treasure of the past, seen in the rings of trees, or the half-remembered cacklings of a parrot. The treasure of the future, waiting in the seeds of mangoes and the eggs of the platypus. Dreams that bring us messages from afar, which we are too simple to understand. And stars that do the same. Actually, I'm looking for the treasure of Big Whoop. Big Whoop? I'm afraid I am not familiar with that one. What are you doing here? I'm teaching philosophy here. Aveen? How many students have you got? Well, none at the moment. But as soon as word gets out that a guru such as myself is teaching at a beautiful locale like this, I'll have to beat them off with a stick. Right here? On the beach? Sure beats a Tibetan mountaintop. I can go surfing when things are slow. What sort of philosophy are you teaching? Neo-existentialist Cartesian Zen Taoism. It's all the range of cocktail parties this year. Could you teach me some philosophy? Okay. Here's a Zen koan for you. What? A philosophical puzzle. If a tree falls in the forest and no one is around to hear it, what color is the tree? Forest green? Nah. Brown? Nah. Cyan? Not exactly. Lavender? Nope. Red? Nah. Aquamarine? Nope. Puce? Not exactly. Taupe? Nah. Burnt Sienna? Nah. Sepia? Nope. Raw Umber? Nope. Naya? Periwinkle? Not even close. Mulberry? Not exactly. Magenta? Nope. Blue? Not even close. I said, okay, he can't. I give up. Think about it some more and come back when you have an answer. Okay. Yeah. Okay. Let's go over it again. So, Polly will einen Cracker. I want my granddaughter to marry a real man. A Captain. Was denn dir schmecken? And you east from the pond to the dinosaur. Nach Osten vom Teich zum Dinosaurier. Let's make a map and tear it into four pieces. Gee, Captain Marley, where should we marry the treasure? Ich schreibe das mal sicher, jetzt haben wir mit. Hey, Captain Marley, where should we marry the treasure? Aber ich fürchte, wir brauchen mehr Cracker. Willkommen zu Dinkie Island. Home of the treasure of Big Whoop. Juhu. Mehr Dschungel. Give us more. More Dschungel. Oh. Äh, Schachtel. Okay. It's tied shut with rope. Ja, mein Gott. Hey, wo ist unser Messer? What the? Jetzt wollte ich... Was? Alter, wo ist unser Messer? I could probably get the rope off with my hands. Ach so, okay. 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 Gut. Alles klar. It's nailed shut. Ich jetzt. Hey, Dynamite. Just like it says on the side. Cool. Wir haben Dynamit. Nice. It's a disgusting bog. So, nach Osten. Nach Osten. Also vom Teich nach Osten. Ähm, ja, nun haben wir aber das Problem natürlich, dass wir nicht wissen, wo es weitergeht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Cracker. Ach, zum Dino. Ah. Aber wir haben keine Cracker mehr. Das heißt, wir bekommen nicht mehr Info. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. Pretty Polly. Head to east from the pond to the dinosaur. Da sind wir jetzt. Oh, the heck with it. Let's make a map and tear it into four pieces. Gut, so finden wir bestimmt nicht weiter. Da wäre ein Delfin. Äh, wow. Callbox? Echt? Wen kann ich auch rufen? 9, 0, 0, 0, 7, 4, 0, J, E, D, I. Remember kids, if you're under 18, ask your parents before calling. Lucasfilm Games Headline. Oder wie geil. Oder das kenne ich gar nicht. Wie gut. I'm lost in the Dinky Island jungle in Monkey 2. Look, there are only two ways out of the room you're in. Figure it out, knucklehead. When is Swaddle gonna ship? It's been out for some time now. Where have you been playing some frustrating graphic adventure? Vielleicht. Who thought up that dumb stump joke? I am tired of hearing about that damn stump. Do you have any idea how many calls I get a day about that? Don't ask me about it again. Okay. Where do babies come from? What are you, a pervert? What's wrong with you? Why do adventure games cost so much? Hey, I just work here. What is the secret of Monkey Island? I'm fed up with stupid questions like that. It's a surprise. Okay? How much money have I spent talking to you? 75 cents a minute. You can ask your computer to work out the math for you. I'm lost in the Dinky Island jungle in Monkey 2. I told you, just walk off the edge of the screen. How hard could that be? Okay, okay, okay. Thank you. You've been very helpful. Goodbye. Yeah, sure. Geil. Geil, oder? Geil. Wenn ihr mich fragt. Kurze Pause. Sorry, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ähm, ja, das war lustiger Anruf. Also, sollte ich das jemals gesehen haben, dann hab ich es echt gut verdrängt. Oh, wir sind wieder zurück. Okay. Wir sind zurück und wir haben keine Cracker. Wir brauchen aber Cracker für, ja, genau für die. Okay, let's go over it again. So no one forgets where we bury the treasure. It's got a cap on it. Oh. Dann mach sie auf. Hä? Okay. Glas mit Distillierten Wasser. Und jetzt? Okay, let's go over it again. So no one forgets where we bury the treasure. I distilled this already. Ja. Aber was mach ich damit? Oh, go over it again. Let's make a map and tear it into four pieces. It's empty. Verdammt. I want my granddaughter to marry a real man. A captain. They say anchovies on the top. Holly wants a cracker? Ja, ich weiß, dass du einen Cracker willst. Baum. It's shaped like a giant slug. No, a Baum. It's shaped like a giant pencil. I can't reach it. I can't dig that, Daddy. I don't think I should do that. Warum, Guybrush? No. I want to save it for Elaine. It's open. That doesn't seem to work. I don't think that would be very sporting. I can't reach it. I can't reach it. I can't reach it. There's something lumpy in it. Warum klopft er da nicht einfach mit der Schaufel drauf? Ich hab doch sonst nix. Sprecheisen will er auch nicht nehmen? Sprecheisen will er auch nicht nehmen. Warum? Sprechen? Das ist nicht so eine gute Idee. Dann weiß ich tatsächlich... Ah, ah, Moment. Ja, ich weiß. Da war doch was. Hm. Hahaha. Okay. Tschüss. Ja. Ach, ein Paket Cracker. Ach, wie geil. Einfach Wasser hinzufügen. Perfekt. Und wir haben zwei Instant Cracker. Also, Kekse. Perfekt. Das ist genau das, was wir brauchen. Läuft doch bei uns. Also, dann gehen wir nochmal da rüber. Wir gehen vom Teich dann nochmal nach Osten bis zum Dino und verfüttern dem Papagei einen weiteren Cracker. Weiter nach Osten bis zum Dino. Sehr gut. So. Und jetzt? Norden zum Steinhaufen. Oh, wir sind wieder mal beim Delfin. Okay, nice. Da waren wir vorher auch. Da sind wir einmal nach Süden gegangen. Auch geil. Typische Monkey Island Labyrinthe. So, da ist der Steinhaufen. So, wo geht's weiter? Osten. Geil. Fangen wir mit dem Rock? Oh, nice. Echt jetzt? Ja. Ja. Wow. Danke für nichts, ne? Na gut. Okay. Alles klar. Kein Problem. Wir haben Dynamit. Gut. Ja, klingt logisch. Oh, wow. Uff. Das kam aus der Direktion von Dinkie Island. Ein Idiot, der muss mit meinem Großvater verbringst. Ich hätte besser da kommen. Oh. Nice. Da stehen wir nun. Da drüben ist der Schatz und hier sind wir. Ich kann das von hier erreichen. Ich glaube nicht, es wird da drüben. Da. Ich glaube, das wird halten. Drei Tage hängen hier. Naja. Super. Oh, dear. Ja, du sagst es. Ja, du sagst es. Ja, du sagst es. Ja, du sagst es.